Gestatten? Bumblebee. Oder zu Deutsch Hummel. Die Vierbeiner Dame ist eine Briar-Hündin und hilft Frauchen Petra Uhl bei der Jugendsozialarbeit. Zu Beginn der Gruppenstunde fragt die Sozialpädagogin das Hundewissen der Schüler ab. Seit September ist Bumblebee hier an der Mittelschule in Altusried im Einsatz. Es eröffnet einem halt neue Möglichkeiten, mit dem Hund zu arbeiten. Das ist einfach eine Chance, anders an die Kinder ranzukommen. Es ist ja so, dass wir jetzt Jugendsozialarbeit hier machen und der Hund in diesen Bereich eingesetzt wird. Und da habe ich ganz andere Chancen, an die Schüler ranzukommen, an die Kinder und Jugendlichen, als ohne Hund. Also es ist eigentlich so mein Türöffner, um einfach das Vertrauen zu den Schülern zu gewinnen. Die Rasse Briar ist dafür gut geeignet. Bumblebee ist ausgeglichen und kann einen hohen Stresspegel aushalten. Gut erzogen ist sie auch noch. Und je ruhiger die Schüler sind, desto ruhiger ist auch die junge Hündin. Gurkenscheiben ist die zweieinhalbjährige Bumblebee besonders gerne. Das Thema der heutigen Stunde ist Kooperation und Koordination. Ganz wichtig einfach absprechen in der Gruppe. Was mache ich als erstes? Auch die Rollen klären. Wer übernimmt welche Aufgaben? Geht natürlich alles ohne Hund auch ganz klar. Ich meine, da gibt es Endlosspiele, um solche Themen zu bearbeiten. Aber mit dem Hund macht es einfach viel mehr Spaß, ist die Motivation einfach viel größer. 14 Schüler sind heute dabei. Die 10- bis 14-Jährigen haben sich in Gruppen aufgeteilt. Zusammen mit Bumblebee müssen sie hier in der Turnhalle mehrere Hindernisparcours absolvieren. Je besser alle zusammenarbeiten, desto leichter gelingt das. Die Briar-Hündin macht fleißig mit. Bumblebee ist aber nicht nur bei der Gruppenarbeit als tierische Sozialpädagogin im Einsatz. Wenn ich jetzt einfach so eine Situation Pausenhof nenne, ja, Schüler, die mit mir Kontakt aufnehmen, werden immer so ein bisschen komisch angeschaut von den anderen Schülern. Was macht er bei der Frau Uhl? Was macht er bei der Jugendsozialarbeit? Hat er irgendein Problem oder hat er irgendwas ausgefressen? Jetzt können die ganz unbedarft auf mich zugehen, weil sie einfach den Hund streicheln wollen und so mit mir in Kontakt kommen. Streicheleinheiten, um das Eis zu brechen oder einfach nur, weil sie es verdient hat? Schulhund Bumblebee ist aus der Mittelschule Altusried nicht mehr wegzudenken.